Max, Lars und Olli kommt in die Mitte. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Ihr seid alle drei Patienten in der Irrenanstalt. Die Gute, ihr wollt fliehen. Max, du bist der Anführer. Lars und Olli, ihr kennt jeweils nur zwei Sätze. Also Max darf alle sagen, was er will als Anführer, aber ihr kennt jeweils nur zwei Sätze für diese Szene, die jetzt kommt. Deine Sätze, Lars, sind diese. Mir nach und ich glob, ich tille. Olli, du hast die Wahl zwischen Gefällt dir das und ich fühle mich so müde. Ja. Ja? So, dann bin ich mal gespannt, wie eure Flucht vonstatten geht mit diesen beiden Sätzen jeweils. Und dazu den Namen von Max. Okay, wir müssen jetzt ganz ruhig sein, okay? Ich glaube, ich tille. Ja, ich glaube auch, du tillst. Was ist denn tillen überhaupt? Egal. Gefällt dir das? Nein, das gefällt mir nicht. Gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. Aber jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt. Leute, die Pfleger schlafen gerade. Wir müssen jetzt unter den ganzen Betten durchrobben und dann aus dem Fenster springen. Habt ihr das verstanden? Ich glaube, ich tille. Hast du das jetzt verstanden oder nicht? Ja, doch. Ich bin sehr müde. Moment, Moment, Moment. Runter, 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 runter. So. Hast du uns? Hallo? Schläfst du? Wach auf. Er hat die Schlafkrankheit. Aufwache. Also wir müssen jetzt in die Richtung robben, okay? Gefällt dir das? Nein, das gefällt mir nicht. Lass mal den Atem los. Hier nach. Da kommt jemand. Kommt hoch. Ich glaube, da kommt jemand. Das Licht geht an. Wir müssen uns in diesem Schrank verstecken. Ich bin sehr müde. Nein, weh jetzt in den Schrank rein. Mir nach. Komm auch in den Schrank. So, ist ein bisschen eng. Gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. Ich, 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 ich glaube ich tille. Ich bin sehr müde. Rieb mal ruhig, ich rieche was es stinkt und dann habt ihr gefurzt. Gefällt dir das? Nein. Ich bin sehr müde. Ich dachte, wir wollten hier zusammen raus und ein freies Leben führen mit einem normalen Menschen. Gefällt dir das? Das würde mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich zähle. Also wir müssen jetzt hier aus dem Fenster raus, okay? Okay, wer springt? Mir nach! Nein! Das ist das neunte Stockwerk. Gefällt dir das? Ich glaube, ich zähle! Okay, ich lese noch. Also du bist dran. Ich warte später, wie ich mich bin.